Ja moin, ich bin hier auf dem Giga-Event in Essen. Schön ist es hier. Hinter mir könnt ihr ein bisschen Kulisse sehen. Das Gelände ist einfach perfekt. Tim, was erzählst du ja wieder schon? Du musst mich doch erst Fragen bevorderstellen. Du kannst mich nicht stören, wenn ich hier rede. Ja, vor allem, du musst dich auch erst mal vorstellen. Ja, ich bin Tim. Ich war ja dabei. Ja, Dr. Tim. Dr. Tim. Ja, die Leute wissen ja nicht. Hallo, ich bin... Ja, wer bist du? Berufsgeogescher. Na. Verkannt auch. Mein realer Name ist Alexander. Ach, das geht wieder. Ja. Ja, Dr. Tim. Mein realer Name ist Tim. Ja, Giga-Event in Essen. Schön, ne? Super. Wetterklasse. Beste Kulisse. Muss ich sagen. Also, top. Top Gelände. Bisschen weitläufig, aber bei den ganzen Geocachern, die hier sind, absolut in Ordnung. Wenn es zu klein wäre, steht man sich nur im Weg. Ich weiß gar nicht, wie viele angehen. Also, steht man auch im Weg, aber... Danke. Ich weiß nicht, wie viele hier waren, aber ich glaube, WAs waren 6.000. Orga rechnet mit zwischen 10.000 und 12.000 mit Tagesgästen. Könnten sogar mehr werden. Könnten mehr sein. Könnten mehr sein. Ja, offiziell. Aber Riesengelände. Doch, schön. Schön, Pornik. Ja. Vortrag. Genau, wir waren hier eingeladen. Zum Vortrag GC Transalps. Also, Simon und ich sind... Der Benni Lichter, der ist ja in der Orga. Der arbeitet. Also, 10.30 Uhr heute Vortrag gehabt mit 150 Zuschauern. Film war mehr. 200. Ja. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kam, glaube ich, gut an. Die Leute haben geklatscht. Das ist schon mal alles. Aber... Ist besser, als wenn sie mit Tomaten werfen. Genau. Trinkelbeutel haben sie nichts reingeschmissen. Nee, leider. Aber dafür haben wir ja von der Orga, weil wir ja so eine gute Arbeit gebracht haben... Muss man sagen. ...so eine Helfer-Coin bekommen. Also, das sind nicht die Helfer-Coin, die jeder Helfer bekommt. Das ist die Helfer-Coin, der Helfer-Point. Das ist die Helfer der Helfer. Die gibt es nur 50 Stück. Und wir haben sie bekommen. Also, du und ich und... Doch, schön. Vielen Dank auch nochmal alle, die bei unserem Vortrag und Film waren. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn nicht, dann nicht. Wenn nicht. Oder so oft gucken. Guckt das Video, bis euch das auch gefällt. Mach's gut. Schönen Gruß an die Familie. Bis zum nächsten Mal. Ciao.